Wir essen, wenn wir keinen Hunger haben. Wir kaufen, was wir nicht brauchen und werfen alles Mögliche weg, was nützlich ist. Leute in New York, die von Hundefutter leben, würden dich für einen Dollar umlegen. Aus Angst, ein Messer zwischen die Rippen zu kriegen, verzichtet man auf einen Spaziergang. Warum verkaufen, was jemand will? Verkauf ihm, was er nicht braucht. Tu, als ob er acht Beine hätte, zwei Magen und Geld wie Heu. Obgleich es völlig falsch ist! Einige sagten, er wäre ein Genie. Schätzchen, der wird hin und weg sein. Der wird ganz von den Socken sein bestimmt. Der wird aus allen Wolken fallen. Aber Dad, was ist das? Das ist Perfektion. Nicht mehr, nicht weniger. Einige dachten, er wäre wahnsinnig. Niemand denkt daran, dieses Land zu verlassen. Ich ja. Es gibt keinen Tag, wo ich nicht daran denke. Sarkima ist ein gefährlicher Mann. Eines schönen Tages wird er euch noch alle umbringen. Er wollte die Welt verändern. Was willst du eigentlich? Luft zum Atmen. Aber als die Welt nicht auf ihn hören wollte... Leb wohl, Amerika! Und einen schönen Tag noch! ...entdeckte er eine Welt, die ihn verstand. Kannst du es sehen, Mutter? Sehen? Was sehen, Erwin? Nun, ein wundervolles Haus. Hier, direkt vor euch. Wo sehe ich einen Ort? In ein Land, das in der Vergangenheit gesunken war. Was führt Sie her, Reverend? Das Anliegen des Herrn, der über alles zu befehlen hat. Der Herr hat nicht die leiseste Ahnung, dass dieser Ort überhaupt existiert. kam ein Mann, der dort seine Zukunft suchte. Ah! Schiebt mal, was Vater da hat! Euer Vater kann zaubern! Oh, oh! Das ist keine Zauberei, das ist Wissenschaft. In eine ungezähmte Wildnis. Hier gibt es Hoffnung, Mutter! Hier gibt es Hoffnung! Kam ein Mann im Zwiespalt mit sich selbst. Nur deshalb bin ich hier! Nur deshalb bin ich hergekommen! Ah! Ein Mann, der seine Familie liebte. Wir sind unser Haus in Amerika. Und sie an den Rand der Zivilisation trieb. Ich glaube, dass etwas passieren wird. Oh mein Gott! Weshalb tust du uns das an? Ich sage, wir können nicht mehr zurück. Und noch ein Stück darüber hinaus. Mutter! Harrison Ford in seiner beeindruckendsten Rolle. Alles, wofür du gekämpft hast. Es tut mir so leid. Ich bin überglücklich. Wir sind frei. Mosquito Coast.